Heute reisen wir in das kleinste Land der Welt, nämlich in den Vatikan. Der Vatikan ist eine Art Insel inmitten der Stadt Rom. Er ist ein eigener Staat, so wie Deutschland zum Beispiel. Aber im Vatikan leben viel weniger Menschen, genau genommen 836 Menschen, die für die katholische Kirche arbeiten und der Papst. Täglich kommen 20.000 Menschen in die Vatikanstadt, um sich den Petersdom, die Sixtinische Kapelle oder aber die Gärten anzusehen. Das sind mehr Menschen, als die Stadt Einwohner hat. Wir besuchen heute zusammen die Sixtinische Kapelle. Der berühmte Maler Michelangelo hat sie in nur vier Jahren für den Papst Julius II. ausgemalt. Schau dir diesen prächtigen Raum an, mit all den verschiedenen Farben. Du kannst viele verschiedene Bilder in abgetrennten Bereichen erkennen. Alle erzählen dir eine andere Geschichte. Die Deckenbilder der Sixtinischen Kapelle sind wie ein Bilderbuch zu lesen. Es gibt sogar eine Leserichtung von Anbeginn der Welt. Licht und Finsternis, so wie Wasser und Erde werden getrennt. Dann folgt die Erschaffung von Adam und Eva und deren Vertreibung aus dem Paradies. Das Bild der Erschaffung Adams ist weltberühmt. Es zeigt, wie Gott durch seinen Finger Adam zum Leben erweckt. Rund um die Deckenfresken sind Propheten und die Vorfahren Jesu aus dem Alten Testament angeordnet. An den Wänden der Kapelle haben dann verschiedene Künstler der Renaissance das Leben Jesu dargestellt. Alle Bilder bereiten zusammen das große Fresco in der Mitte vor, das das jüngste Gericht zeigt. Den Wänden der Leber werden achtет. 4 3 4 5